In München haben die Bayern ihren eigenen Bus sowie ihre eigenen Busfahrer. Doch in Katar im Trainingslager ist das anders. Mit diesem Bus werden die Bayern vom Flughafen in Doha abgeholt und zum Teamhotel gebracht. Ich bin Kylo und ich bin der Busfahrer vom FC Bayern. Man könnte fast meinen, er kennt die Bayern nicht. Doch Kylo ist nach eigenen Aussagen Fußballfan. Er ist seit drei Jahren Busfahrer in Katar und hat auch schon eine italienische Vereinsmannschaft durch die Gegend gefahren. Ich war auch schon einmal der Busfahrer vom SSC Neapel. Jetzt freut er sich aber auf die Bayern. Es ist eine Ehre für mich, Busfahrer dieser großartigen Spieler zu sein. Und sein Lieblingsspieler beim Rekordmeister? Mein Lieblingsspieler? Aktuell mag ich wirklich alle. Es sind großartige Spieler. Kylo macht eine letzte Testrunde auf dem Parkplatz des Teamhotels und dann aber ab zum Flughafen, damit die Bayern nicht warten müssen.